Musik Wir müssen Kitschiker nehmen, die aus den Überraschungseiern sind und daraus den Ton verwirklichen. Also wir hatten erst einen 10 Kilo kratzen Ton, den haben wir dann erst grob so geformt und dann auch Details gemacht. Ja, eigentlich ist das nicht besonders schwer. Man muss ja eigentlich nur eine Figur im Kopf haben und eigentlich auch richtig Kraft in den Händen. Nämlich der Ton ist am Anfang sehr hart, man muss ihn erstmal noch weich kneten. Am Ende kriegt man aber Schwierigkeiten, wenn man den Ton zu viel geknetet hat und bitte langsam zu weich und die Arme könnten zum Beispiel abfallen. Und dann wie hier ist mir der Arm fast abgefallen. Ich habe eine Gitarre gemacht, ein Herz und ein Griff gelegt. Wir mussten das halt erst in eine Form bringen, die es ungefähr aussah und dann vier Einzelheiten formen. Ich habe hier diese Figur gemacht und eigentlich sollte es die Figur werden. Dann habe ich gemerkt, dass es ein bisschen schwer ist, weil sie so einen großen Kopf hat. Dann würde die Arzt zusammenbrechen und dann habe ich einfach ein U-Yoda gemacht. Ich finde, es ist trotzdem gut gelungen. Ja, ich mache mir die Katze ausgesucht, weil sie mir eh nichts ist. Ja, hier Garfield schön, ne? Ich mag eigentlich gar keine Katzen, aber Garfield ist cool und der ist verfressen. Hat einen coolen Charakter. Und war relativ leicht zu machen. Ich habe den Otter gemacht. Das war von Anfang an so geplant. Und ich glaube, der ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe einen Hund gemacht. Das sollte erst ein Schaf werden, aber es war ein bisschen schwer. Ich habe einen Hund gemacht. Es war cool, mit dem Ton zu arbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das ist der Otto von Simpsons. Das ist ein Großfahrer. Eine beliebte Figur. Die habe ich mir ausgewählt, weil sie ganz cool aussieht. Und auch ein bisschen anspruchsvoller war, als er so ein Hund oder so eine Fantasiefigur. Die Figur besteht aus zwei Teilen, wie man es hier sieht. Die ist auch relativ schwer. Und zuerst habe ich den oberen Teil geformt. Habe mir zuerst mal so eine Grundform gemacht. Und dann am Ende die Arme und den Kopf dran gemacht. Beine habe ich auch so geformt. Zur Stabilisation habe ich sie einfach mal so verbunden, nicht auseinander gemacht. Sonst hätten sie ja kaputt gehen können. Das war es. Am Ende habe ich noch ein paar Accessoires dran gemacht. Wie zum Beispiel den Kopfhörer hier und den P3-Pleger. Bis zum Beispiel den Kopfhörer hier und den Kopfhörer hier. Bis zum Beispiel den Kopfhörer hier und den Kopfhörer hier und den Kopfhörer hier. Untertitelung des ZDF, 2020